Hallo liebe Freunde, mein Name ist Dean von Herfers Gaming und wieder mit einer Runde Outdoors am Start. Nachdem wir letztens unsere Kamera verloren hatten und die wieder beschaffen mussten, sind wir nun in der Frauenstation, wo wir versuchen natürlich jetzt wieder zum Vater Abraham oder Martin oder was auch immer zu gelangen. Okay, irgendwie hat jetzt unsere Kamera leichte Macken. Was uns hoffentlich nicht beeinträchtigt. Und auch hier. So. Für den Vater... Oh. Okay. Für den Vater Martin. Natürlich stütze ich wieder alles ein. Das hättest auch anderes sein sollen. So. Oh. Was willst du? Nur einen Weg raus. Nur einen Weg raus. Ja. Danke. Oh. Woher wissen sie, dass sie kein Patient sind? Hm. Irgendwie liegt das gerade. Du 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 du. Oh. Tschüss. Was zum geil ist das? Hä? Was war das denn? Ähm, ja, okay. Mach ich wieder die Bibliothek. Mach ich mal zu. Im Theater. Okay. Also besäulen Schlüsse im Aufenthaltsraum. Wo bist du? 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 Ja. sag mir nicht der rennt hier rum Hm. 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 Oh, das nervt mich ja, dass die Kamera so rumspinnt. Hm, hm. Batterie. Oh. Was war das denn? Oh, 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 oh. Jetzt komm ich da jetzt rein. Okay, jetzt ist hier vorne die Tür. Okay, jetzt geht es hier. Okay, und jetzt das haben wir. Was ist da? Alle haben dieses große Ding angucken müssen. Hm. Oh, hier kriegt man ja echt. Kein Wunder, dass die Erde durchgedreht sind. Oh, das geht echt auf die Augen. Ich glaub genug geguckt. Boah. Alter, meine Augen sind blind, ey. Scheiß ausmachen. Geht nicht. Hm. Hm. Ja, ich bin hinter mir. Oh. Hier sind Songs. Hier sind Songs. Ist da zu trennen? Fuck. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Oh, nachladen. Der macht alles zu. Oh, das ist die Melodie. Oh, das ist die Melodie. Oh, das ist die Melodie. Okay, wieder einer, der durchstritt. Hm. Hm. Gespeichert. Okay, der betet schon mal. Lassen wir mal hier. Schön in seinem Zimmer stehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So. Schön. Da geht's. Du bist aus wie die... ähm. Die einzelnen... Warum sind die alle am beten? Jungs. Ihr macht mir richtig Schiss gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Voll unheimlich. Gott hasst Geld. Ey. Oh mein Gott. Wir werden uns mit dem Wann-Writer in einem Moment zusammenstehen. Oh mein Gott. Sob, du allein bist Talva. Das ist die Hauptverdung. Die Propheten immer noch die Freiheit. Und hier ist es. Du wirst du meinen Tod, meine Reservations. Und dann, wir frei werden. Du wirst keine Angst mehr. Okay Ach du Scheiße